Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. Die Entscheidung wurde am Dienstag von Hazel Carver bekannt. was ist dann deine theo ach so ein bild mit abgerissenem das ist von dieser tanja auf dem dunklen heutigen wenn es dass die wir am anfang gesehen hatten im auto wo sie da am schall erhängt hat tatiana oder so ist nicht nur tanja ist doch irgendwas hallo kannst du mal weg in hier ich kann ja nicht danke hörst du das da unter uns wir müssen unbedingt hier aus schnell wieder eine zeitung lasst ihr lesen unter uns ist irgendein geräusch und was geht ab unter uns kann er da irgendwie nicht komme ich zu dir allerdings ich kann ja nicht so ein knurren ist mit der kamera zartungsartikel sind immer so lang lasse ich auch dich lesen danke 21 januar 1972 tragischer brand durch kinderspielzeug ausgelöst der auslöse eines schrecklichen brandes eines wohnhauses in little hope an diesem wochenende könnte ein kinderspielzeug gewesen sein leutnant david fahr von der freiwilligen feuerwehr little hope teilte dem hier halt mit dass der gas hat in der küche angelassen und eine kinderpuppe daneben platziert wurde er glaubt dass die puppe feuer fing und vom herz fiel und dadurch die küche in brand setzte das feuer forderte fünf tote unter der familie clark ein überlebender anthony clark 18 wurde von der polizei nach verhaftung wegen verdacht der brandstiftung befragt die ermittlung in bezug auf das feuer scheint den jungen mann aber zu entlasten und er wird heute entlassen der pastor der familie reverend leonard carson von der bischofskirche st davids meint das feuer sei eine tragödie gewesen es ist schrecklich wenn eine familie auf diese weise dezimiert wird sie hatte es in letzter zeit nicht leicht wie so viele andere familien auch aber es war eine gute hart arbeitende und liebevolle familie und ich habe ihr während ihrer schwierigkeiten beigestanden das ist eine tragödie und hätte nicht zu enden sollen bis dato wurde noch kein termin für das begräbnis festgelegt sowohl die feuerwehr als auch das büro des bürgermeisters lobten die schwindigkeit der polizeibeamten die als erstes am schauplatz eintrafen und verhindern konnten dass der brand sein sechstes opfer fordert da durch das schnelle denken der beamten reynolds und hoffmans konnte eine weitere tod verhindert werden empfiehlt der bürgermeister die beiden männer für eine auszeichnung veteran treffen fünf 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 zwei fünf fünf sechs okay na gut das ist halt unsere story am anfang was ist das für ein ekelhaftes glugern ich weiß nicht ob das eine gute idee ist aber hier geht was das ist schwer beweg deinen arsch und hilf mir ich stehe doch schon neben dir ich geh hier hin du da drüben let's go dann schieben wir gut und ich glaube da kommt gleich was unten hoch oh shit tschüss oh no oh no 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 hey alles gut bei dir? nein dein freund ist wieder da hallo? hilfst du mir vielleicht mal? sagst du? sagst du! Was, wieso lauft? Das hab ich doch gar nicht ges- Hallo? Du hast eine Entscheidung getroffen Oh, Nani Ich kämpf mal runter Daniel, bist du da unten? Ich glaub ich hab's geschafft Du hast eigentlich losgelassen Ich glaub der hättest mich nicht zu- äh, ich glaub der hättest mich nicht hochheben können Also meine Dinge hab ich auf jeden Fall getroffen Ich auch Also ich hatte die Auswahl dir zu helfen Also dich hochzuziehen oder es anzugreifen Bei mir stand beruhigend und ich dachte, er beruhigt dich einfach nur Und sagt, du schaffst das schon Und dann sagt er, lauft Was? Damit hab ich nicht gerechnet Ich bin auf jeden Fall draußen Äh Äh Hallo? Mädchen? Hey! Okay, Mary ist bei mir Oh, ich will nicht alleine sein Ich mag das gar nicht Ich geh immer in der Dreiergruppe Bitte töte mich nicht Ich bin hier irgendwo Im Nirgendwo Oh, warte mal halt Oh Gott, meine Lampen Hallo, Taschenlampe? Oh, hier ist was Was ist das? Äh, meine Taschenlampe Mein Handy gibt ein Ablauf Lang und Abrams Rechtsanwälte Sehr geehrter Herr Mr. Carty Nach unserem Gespräch letzte Woche haben wir erfahren, dass Konsortium nicht in der Lage war, die Finanzen für den Abschluss des Geschäfts mit der Familie Carver zum Kauf von und dem Grundstück rund um die Fabrik aufzubringen Ich verstehe, dass sich Ihre Gespräche mit der Familie um den Erhalt von Arbeitsplätzen für ehemalige Mitarbeiter der Fabrik dreht Okay, dreht ne Wo ist hier oben und wer ist da? Mann, schön euch zu sehen Immerhin sieht jetzt noch jemand aus wie Frisch aus dem Sumpf Good Job Aber John wird immer noch erwirkt laut meiner Vorhersehung Eww Eww Einster Freund der vielleicht? Ja Die Arme sehen so aus wie in meiner Vorhersehung Oh, ich hoffe, diesmal muss ich es nicht verkacken, sondern du Okay, das gleiche Symbol Ja Da hinten ist auch noch was Halt! Halt doch stehen! Äh, hallo Ja, wisch mal drüber Oder machen wir auf Oh, ein Foto Sehr schön Kannst du es angucken? Ich habe nichts zum angucken hier Aber ich kann auch nicht an dir vorbei, glaube ich Halt Ja Burn in hell Entlassen Herr Clark wurde gestern aus der Polizeidienststelle Little Hope entlassen Ein Strich wurde unter den tragischen Fall des Wohnhausbrandes der Familie Clark gezogen Schaulustige beobachteten, wie Anthony Clark, der einzige Überlebende des Feuers, das Polizeigebäude verlassen durfte Donnerstagnachmittag Ein schaulustiger zur Situation Der arme Kerl, wahrscheinlich macht er gerade die Hölle durch Der Herald forderte Herrn Clark zu einem Kommentar auf, aber er Gab Clark die Schuld am Feuer, welcher eine Schacht des Streichhölzer in der Hand hielt, als er am Schauplatz gefunden wurde Beim Verlassen der Polizei den Stelle Little Hope konnte man hören, wie Passanten Clark zuriefen, er solle in der Hölle brennen Das Ding ist, Menschen sind halt einfach so dumm, ne Die glauben nur das, was sie in dem Moment gesehen haben Aber das ist ja nicht immer richtig Ein Mädchen und ihr Haus Was auch passiert Wachsam bleiben Mach ich dich, Aussi Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph Drum müsst ihr sterben Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbule Verdammt mich ruhig Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen Oh, wie schützt ihr schon? Joseph, entsergt ihr den Teufel und all seinen Erden? Ich sündigte nicht Ich bin kein Diener des Teufels In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn Wir müssen irgendwas machen, dass der Pastor quasi vom Teufel besessen aussieht Joseph hält sie noch im Griff des Teufels Mehr Steine So zermalmen wir den Teufel in ihm Stimmt doch gar nicht Ach, die sind doch so dumm, ne? Zau das nicht Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab Schließlich der Strauffüte nie was sagt, ne? Der Arme Also ich hätte ihm helfen können oder Mary konfrontieren? Ich habe sie immer konfrontiert, weil ich mir dachte, vielleicht zackt es dann irgendwas, ne? Es ist aus Ja, wenn ich ihm helfe, dann heißt sowieso, der Teufel hilft ihm Dann wäre er sowieso tot gewesen Was ist denn das? Was machst du da? Vor diesem Biest lauf ich dich mehr weg Du weißt, dass Taylor passiert ist Mir soll das nicht passieren Du bist schon Bist du verrückt? Wir müssen weg Geh weg von mir Oh, ich kann nicht haben Ich feuere dich schon mal an Okay Ich bin nicht Tut das weh, Drecksvieh! Okay, komm, John. John Boy, wir schaffen es. Okay. Oh, oh. Das ist ekelhaft, das Vieh. Schnell schneller, das Vieh. Hilf mir doch. Das ist es. Jawohl. Kannst nicht töten, kannst du einen Treten. Lass es treten. Oh Gott. Oh weihe. Los hier rein! Geh weg da, John. Geh da weg, John. Wir müssen weg. Los jetzt! Andrew! Andrew! Ich brauch dich hier! Andrew? Mir wird gleich das Genick gebrochen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Nein, ja! Musik Musik Musik